Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Session von Elex. Ich hab noch ein bisschen Platz auf der Festplatte und dachte mir... Ach komm, wir müssen einfach weitermachen. Ich hab so Lust. Ja, da glaubt ihr gar nicht. Ich habe einfach so viel Lust, dieses Spiel zu spielen. So, gucken wir uns ein bisschen um bei den Klerikern. Vielleicht kriegen wir die eine oder andere Aufgabe. Wir müssen mal schauen. Wir haben ja den Falk gefunden. Ja, da ist er. Ja, den haben wir jetzt dabei bei den Klerikern. Hast du nichts Besseres zu tun? Was? Nee, hab ich nicht. Warum? So, dann müssen wir mal gucken. Mechaniker, der hat wahrscheinlich nichts zu sagen. Schrott können wir noch mitnehmen. Die Schmiede dürfen wir benutzen. Ja, aber wie wir schon in der letzten Session ja festgestellt haben... Ich muss mal eben gucken, ob wir einen Plan haben. Mama wird's ein bisschen lauter hier. Ja. Wir brauchen ja erstmal... Also erstmal wurde uns gesagt, wir sollen uns den Alps anschließen. Und wenn wir uns den Alps angeschlossen haben, dann dürfen wir irgendwie zu den Klerikern. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Da haben wir Keno. Den haben wir auch schon kennengelernt. Der ist ja ein Genie auf seinem Fach. Danke nochmal für deine Hilfe. Ich habe jetzt viel Arbeit vor mir, einen neuen Prototypen zu entwickeln. Gut, okay. Der ist noch fleißig dabei. Das ist auch sehr, sehr gut. Jetpack-Tisch brauchen wir erstmal nicht, oder? Wie sieht's aus? Wir haben einen LP, den möchte ich jetzt noch nicht verbrauchen. Fernkampf-Waffenbank. Anweisung. Beutemaschinen. Alle Maschinen, die erbeutet wurden, sind zunächst einer gründlichen Bewertung zu unterziehen. Mängel und Beschädigungen müssen unbedingt erfasst werden. Etwa gegen Ersatzteile sind eine Möglichkeit aus dem Lager zu beschaffen oder werden auf die Bedarfsliste gesetzt. Grundsätzliche Reparaturen können von jedem vorgenommen werden. Schraubt, schweißt und dreht, was die Finger hergeben. Aber die Neukalibrierung überlasst die mir. Gruß, Keno. Obacht! Vergesst nicht, den neuen Lack aufzutragen. Wir können es uns nicht leisten, im Eifer des Gefechts die gerade reparierten Blechkameraden über den Haufen zu schießen. So, so. Die Blechkameraden. So, ich wollte mal eben kurz gucken gehen. Das hatten wir das letzte Mal schon gemacht, ne? Habe ich das richtig in Erinnerung? Wir haben hier noch eine beschädigte, haben wir, ne? Vier Stück. Beschädigte Kriegsarmbrust. Das dürfen wir nochmal. Äh, beschädigter Berserkerboden. Ja, da machen wir direkt fünf Stück draus. Jetzt haben wir fünf Berserker. Hier ist noch ein beschädigter Kriegsbogen. Beschädigter Jagdbogen. Da können wir eigentlich so viele machen, wie es geht, ne? Wenn sie beschädigt sind, ist ja nicht so schlimm. Aber der Jagdbogen, der braucht nämlich schon andere Materialien, damit er stärker wird. Also, dass der Jagdbogen schon so stark ist, hätte ich gar nicht gedacht. Dagegen sieht ja unsere Waffe... Ja. Ja. Ja, 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 ja. Hören wir den Blaster hier. Energiezelle, Energiezelle, Energiezelle. Beschädigter Granatwerfer. Berserkerbogen, beschädigter Großbogen. Die Bögen, die haben schon Style. Also, die Waffen sehen echt gut aus. Die Waffen sehen echt gut aus. Aber gut, er hat ja gesagt, wir sollen als Alp wiederkommen. Als Alp. Ja, das hat er gesagt. Das hat er gesagt. Da müssen wir auf jeden Fall noch gucken. Dass wir da natürlich dann... Ja. Uns noch dann irgendwie einschleusen. Wenn wir denn... Ne? Wenn wir denn... Den Klerikern beitreten wollen. So ein bisschen Mitleid habe ich ja schon. Die Kleriker sind ja schon ein verrückter Haufen. Aber ich mag sie halt dennoch. Also, so ist es ja nicht. Und ich glaube auch, dass wir das Feld jetzt mal hier von hinten aufräumen. Wir müssen auch so mal gucken, ob wir hier vielleicht irgendwas... Ne? Hier ist... Überall ist hier irgendwas versteckt. Das werde ich mir alleine angucken. Mir geht es erstmal darum, dass wir vielleicht hier noch ein paar Leute finden, mit denen wir reden können. Wie die Vivian. So. Brauchst du Hilfe bei deiner Arbeit? Ach, da liegt der Wühler begraben. Du suchst einen Job. Also, wenn du helfen willst, gibt es etwas, was ich immer brauche. Vorräte. Wenn du also haltbare Nahrung hast, die du loswerden willst, immer her damit. Irgendwie ist unsere Handelskolonne verschütt gegangen. Und es treffen keine weiteren Vorräte ein, was ein echtes Problem darstellt. Verständlich. Was ist mit deiner Händlerkolonne passiert? Wenn ich das wüsste. Sie müssten längst wieder hier sein. Aber wenn du sowieso gerade Arbeit suchst, ich würde dich gut bezahlen, wenn du sie finden und ihnen helfen würdest. Das heißt, falls sie noch leben. Verständlich. Ausreichend Nahrung ist eminent wichtig für den Erhalt einer Gesellschaft. Ich denke, wir sollten die Zeit aufbringen und ihr helfen. Ja, na klar. Wenn dein Freund sich kompliziert ausdrückt, fliegt er nicht falsch. Eure Hilfe wäre mir willkommen. Ja, natürlich. Wegen der Händlerkolonne. Wegen der Händlerkolonne. Wo soll ich nach ihnen suchen? Eigentlich können sie nicht weit weg sein. Ich weiß, dass sie auf dem Weg zurück von den Berserkern waren. Oh. Vermutlich sind sie zwischen dem Vorher und unserer Burg. Okay. Ich werde sie für dich finden. Es soll nicht zu deinem Schaden sein. Ich werde dich angemessen bezahlen, wenn du dafür sorgst, dass sie ihre Handelsrouten wieder aufnehmen. Ja, klar. Und wenn sie tot sein sollte, tja, dann weiß ich zumindest, dass ich nicht mehr warten brauche. Gut. Der vermisst der Händler, der Kleriker. Und? Ich habe Vorräte für dich. Ich nehme dir allerdings nur größere Mengen ab. Mit einzelnen Dosen kann ich nichts anfangen. Zeig mal, was du dabei hast. Ach so, okay. Wir können Dosenfleisch, Wasser und Brot abgeben. Das machen wir aber jetzt noch nicht. Bring mir was bei. Sicher doch. Hast du noch irgendwas, was du uns beibringen könntest? Das Hacken hatten wir ja gelernt. Die Munition herstellen. Du kannst einfache Munition herstellen oder für schwere Waffen. Und dann haben wir hier natürlich Handgranaten. Wir haben aber das Rezept noch nicht. Und die Waffen können gesockelt werden. Könnten wir auch noch machen. Wird später wahrscheinlich wichtig. Jetzt bringt uns das... Ich glaube, jetzt bringt es uns noch nicht allzu viel. Sagen wir es mal so. So, da haben wir die erste Mission. Hier sind ja die ganzen Händler. Ersatzteile. Hallo, meine Händlerin. Grüß dich. Hi. Zeig mir deine Waren. Klar doch. Mhm. Mhm, mhm. Okay. Brauchen wir nicht. Gemischt Waren. Nee, nur Munition. Hätten wir hier, ne? Zeig mir deine Waren. Aber sicher doch. Hat sie wieder Munition, Wird das sofort aufgefrischt? Nee. Nee, wird es leider nicht. Ein Lasergewehr P-T3. Boah, die Anforderungen. Das ist schon enorm, ne? Stärke, Kondition. Na gut, okay. Was hast du schönes? Rüstungshändler. Können wir eh nichts mit anfangen. Gehen wir eben oben gucken, ob wir einen finden. Arbeiter, Wache. Gehe ich mal davon aus. Arbeiter, Arbeiter. Hier können wir uns dann in der Nacht umgucken. Haben wir noch einen Arbeiter. Hier ist der große Lager. Hier arbeitet keiner. Wir können natürlich noch zu der netten Frau gehen, die uns so nett begrüßt hat, ne? Sag ich jetzt mal. Da könnten wir noch hingehen. Kluge Entscheidung. Kluge Entscheidung. Achso, wir durften da gar nicht hoch. Ähm, lass mich überlegen. Hier unten. Ist schon ein Tag vergangen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier unten drin gewesen sind. Ja. Hier unten waren wir drin. Daran erinnere ich mich. Wenn ich die Räumlichkeiten sehe, weiß ich sofort, wo wir gewesen sind und wo nicht. Aber ich weiß, dass wir... Wer bist du denn? Keine Zeit. Keine Zeit. Okay. Hier gibt es Futter. Jawohl. Dürfen wir das nehmen oder ist das stehlen? Bist du noch bei Trost? Ja, bin ich. Lecker essen hier. Gibt einen Teller, ja. Darfst du das? Ja, natürlich darf ich das. So. Und wer ist hier in der Küche? Ah, da ist jemand. Hi, Isaac. Grüß dich. Hast du eine ID-Karte? Natürlich. Gut. Ein Wort von dir und du bekommst die Standardration. Ist jetzt nicht gerade ein Festessen, aber zum Überleben reicht's. Also, wie sieht's aus? Hast du Hunger? Wir kriegen jeden Tag eine Ration, ne? Gib mir meine Ration. Bitte schön. Frisch zubereitet. Hm. Wie lange bist du schon, der Koch? Seit wir vom Hort in die Burg verlegt wurden. Bin da irgendwie reingerutscht. Die Kleriker hatten niemanden mehr, mit dem sie die Stelle besetzen konnten. Die Kleriker? Ich dachte, du gehörst dazu. Jetzt schon. Damals nicht. Hab meinen Hintern in einer ihrer Zellen breit gesessen. Als sie den Hort aufgeben mussten, hat man mich freigelassen. Nur wusste ich nicht, wohin. Und da ich kein Interesse hatte, Bekanntschaft mit den Alps zu machen, bin ich einfach mit ihnen gezogen. War die richtige Entscheidung. Sieht nur leider nicht jeder so. No, okay. Wer hat ein Problem mit dir? Ach, weißt du, mit einer Hälfte komme ich klar und den anderen gehe ich aus dem Weg. Übel nehmen kann ich es ihnen nicht. Ich war nun mal ein Outlaw. Oh. Ich würde es nur begrüßen, wenn man mir die Meinung direkt ins Gesicht sagt, anstatt hinter meinem Rücken dreckige Wäsche zu waschen. Ich kläre das. Gib mir einfach die Namen. Klären? Wie darf ich mir das vorstellen? Wenn Sie sich einsichtig zeigen, belasse ich es bei ein paar Worten. Wenn nicht... Keine Gewalt. Bruder Johannes hat mich gelehrt, dass der Schöpfer Gewalt nur im Notfall gestattet. Vom Outlaw zum Gläubigen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe genug gesehen und mitgemacht, um daran zu zerbrechen. Der Glaube gibt mir Kraft. Okay. Weißt du, die Existenz des Schöpfers kann ich nicht beweisen, aber das muss ich auch gar nicht. Richtig. Mir hilft der Gedanke, dass es jemanden gibt, der auf alle Fragen eine Antwort hat und nichts sinnlos ist. Das ist halt der Glaube. Gut. Gut, Isaac. Gut. Speichern wir mal eben. Wer bist du? Noch ein Arbeiter. Hier kriegen wir natürlich eine Menge Zeug, wenn wir uns abends umgucken. Wir könnten uns natürlich noch mit dem Bruder Johannes... Könnten wir, ne? Ein bisschen schwätzen. Was war hier oben? Oh, hier ist ja schon viel, ne? Was machen denn hier die Kids? Hey, warte mal hier. Hat das nur ein Kind? Kein Name. Nur ein Kind. Okay, die spielen anscheinend. Oh, ja. Gehen wir mal hier unten rein. Wer oder was ist denn hier? Ah. Wir sind richtig. So, die Eva. Die war ja das letzte Mal so nett zu uns. Also, wie gesagt, wir kennen sie ja schon aus dem ersten Teil. Bloß, weiß ich nicht, so nett, wie sie uns angesprochen hat. Gibt es da eine Romanze? Sehr gerne. Was kannst du mir beibringen? Was auch immer dein Verstand fassen kann. So, da gehen wir jetzt nochmal gucken, was bringt sie uns noch bei. Die Händler geben uns einen Rabatt. Das bringt uns wenig. Wir könnten fünf Punkte in Gerissenheit investieren. Da wir aber schon auf 30 Punkte sind, zahlen wir genau zehn Punkte, um auf 35 zu kommen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ne? Und neue Fähigkeiten zu lernen ist zehn Prozent billiger. Ja, kann man mitnehmen, muss man nicht unbedingt mitnehmen. Ich glaube nicht, dass wir da ein Problem haben. Dank dir. Ne, ich meine, wir können ja mal eben gucken, Attribute, wir haben 30, die kosten uns jetzt immer zwei, genau. Das heißt, wir zahlen für 35 genau zehn LP und kriegen zehn LP wieder. Das ist, ja, müssen wir nicht unbedingt machen. Sie hat ja gesagt, wir dürfen uns ein bisschen umgucken. Das finde ich ja ganz nett. Ja, wir können natürlich auch klauen und mobsen. Das machen wir dann, wenn wir ein bisschen Ruhe für uns haben. Mit Reinhold und Hagen haben wir uns auch schon unterhalten. Weiter. Weiter geht's. Das heißt, wir suchen jetzt noch, wir suchen jetzt noch, ich weiß gar nicht, ist da ein Predigen? Kann sein, muss ja nicht sein, ne? Da hinten war ja der Hagen und Co. Das, was mich so ein bisschen wundert ist, haben wir hier niemanden, der uns zu den Alps bringen würde? Das ist halt die große Frage. Ach ja, und mit dem sollen wir ja auch noch reden, ne? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ist. Du sagtest, du hast Arbeit für mich? Das ist korrekt, Soldat. Hör zu, ich will die Karten gleich auf den Tisch legen. Ich habe mich über dich informiert und wenn es stimmt, was man sagt, hast du bereits eine militärische Ausbildung genossen. Ja. Man erzählt sich auch, dass du ein Spezialist für fremdes Terrain bist. Ja. Ich für meinen Teil hätte dich eher für die Latrinen abgestellt, aber vielleicht täuscht mich mein Eindruck. Du bekommst die einmalige Chance, deine Fähigkeiten sinnvoll einzusetzen. Bist du interessiert? Ja, dann sag mal an. Klar, wo soll ich mit dem Schruppen anfangen? Das ist korrekt. diese Mauern sind ein Gefängnis. Ich will, dass wir sie überwinden. Dafür brauche ich Soldaten. Leute, die ihr Handwerk verstehen. Keine Pfaffen, die im Gebet eine Lösung suchen. Es ist mir auch egal, ob es die Beschläger oder was weiß ich für Verbrecher sind. Den Luxus einer Auslese haben wir nicht. Und du glaubst, ich bin von alledem etwas, ja? Falsch. Wir führen dieses Gespräch, weil du dich mit diesem Klientel abgibst. Erzähl mir nicht, dass es nicht so ist. Ich möchte deinen Draht zu ihnen nutzen, um genau diese Leute für uns zu gewinnen. Kann ich auf dich zählen? Das ist natürlich jetzt... Ah je. Kannst du? Was muss ich tun? Du zeigst Haltung. Sehr gut. Ich mache es kurz. Der Krater der Outlaws ist dir sicher nicht fremd. Doch. Und anders als wir schmeißen sie ihren Müll einfach auf die Straße. Nicht anders gehen sie mit Leuten um, die querschießen. Diese Leute brauchen wir. Brich zum Krater auf. Finde heraus, wer auf ihrer Abschussliste steht und hol sie hierher. Auf Rekrutensuche für Heinrich. Wegen der Outlaws. Ich will von dir lernen. Dann mach es wie der Rest und steh morgen früh auf der Matte. Ich hatte nicht vor, so lange zu warten. Wenn ich jedem Einzelnen erkläre, worauf er zu achten hat, haben wir erst in 100 Jahren eine schlagkräftige Truppe. Und wenn ich dich bezahle? Sonderkonditionen gegen Elixit? Ein paar Splitter mehr würden uns schon helfen. Oh, ja, ja, ne? Hier mein Vorschlag. Pro Trainingseinheit werde ich dir eine kleine Gebühr abverlangen. Egal, ob du einen Rückzieher machst oder nicht. Okay. Dafür biete ich dir an, deine Fähigkeiten im Nah- und Fernkampf zu verbessern. Ja. Außerdem kann ich dir zeigen, wie man seine Rüstung sinnvoll einsetzt. Ja. Das ist gut. Äh, 15 Splitter? Ja, komm. Legen wir los. Aha. So, er bringt uns richtig viel bei, wenn ich das sehe, ne? Zum Beispiel Fernkampfwaffen könnten wir jetzt hier noch ein bisschen nach oben. Erhöht dann den Schaden mit Energiewaffen brauchen wir Fernkampfwaffen auf jeden Fall noch einen Punkt. Das heißt, das werden wir direkt schon mal lernen. Jetzt haben wir natürlich keinen Lernpunkt mehr. Erhöht den Schaden mit Energiewaffen dürfen wir jetzt als nächstes mitnehmen. Elixit ist ja klar. Was? Warum? Was haben wir mit unserem ganzen Elixit gemacht? Ich dachte, wir hatten so viel. Oder haben wir das alles in Lernpunkte hinausgeschmissen? Ach so, das Fernkampfwaffen war jetzt so teuer, ne? Aber gut, es muss sein. Das ist schon okay. Ja, ja. Hey, Junge, pack fest dazu. Das ist nicht der Prügel von deinem Opa. So, dann gehen wir jetzt mal uns hier mit den netten Herren unterhalten. Das wird jetzt ein bisschen speziell. Spende mir. Ah, ein neuer Suchender. Die innere Leere muss dich hergeführt haben wie alle verirrten Seelen. Aber deine Suche hat ein Ende. Du bist am Ziel. Der Schöpfer heißt dich willkommen. Also erst mal sieht der Charakter sehr cool aus. Aber ist es wirklich jetzt ein Zufall, dass er Johannes heißt? Oder ist das... Ne? Ich will ja nichts sagen. Aber gut. Erzähl mir mehr über den Schöpfer. Er ist das Brot, das dir den Magen füllt. Er ist das Licht, das deinen Tag erhält. Der Wegweiser für den Verlorenen. Wenn du willst, kann ich einen Choral anstimmen und wir huldigen ihm gemeinsam. Oh, nicht nötig. Ich denke, ich habe ein Bild. Ich suche Arbeit. Nein, 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 mein Sohn. Das ist es nicht, was du suchst. Aber es lohnt sich, der Frage nachzugehen, warum wir uns Tag ein, Tag aus der Plackerei hingeben. Kennst du die Haltung unseres Schöpfers zu diesem Thema? Das ist einfach. Der Mensch genießt die Ausschüttung etwaiger Botenstoffe. Je nach biologischer Veranlagung kann auch schwere Arbeit diesen chemischen Prozess in Gang setzen und ein Glücksgefühl auslösen. Chemie, Botenstoffe, nichts von alledem wird dem Göttlichen in uns gerecht. Aber zurück zu meiner Frage. Weißt du um die Haltung unseres Schöpfers? Nicht direkt, aber ich fürchte, du wirst es mir gleich erzählen. Mein Sohn, Fragen des Glaubens werden gemeinsam erörtert. Der Schöpfer spricht, Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Doch frage ich dich, weißt du, wie seine Worte weitergehen? Ja, das ist natürlich jetzt eine gute Frage, ne? Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Denn ich bin der Weg, auf dem ihr wandelt. Denn ich bin der Weg, auf dem ihr wandelt? Mein Sohn, willst du des Schöpfers Weisheit mit Füßen umtreten? Nein, abgebrochen. Okay. Zum Glück ist es meine Aufgabe, dich aus dem Tag zu machen. Dann überspringen wir das Ganze mal eben kurz und laden das auch nochmal neu. Das war natürlich nicht so gewollt. Der hätte ja sein können, aber okay. Let's go. Dann erstmal der Schöpfer. Dann haben wir den. Wir suchen Arbeit. keine Chemie oder so. So, denn ich will euch einen Rucksack schenken nicht, dann ist es halt, denn ich will schultern eure Last. Denn ich will schultern eure Last? Die Weisheit liegt in deinen Worten. Gut. Exakt so spricht der Schöpfer zu seiner Herde. Gleich, als ich dich gesehen habe, wusste ich, dass du seinem Ruf gefolgt bist. Nee, definitiv nicht. Und weil dein Glaube auf einem festen Fundament steht, werde ich es dir gestatten, unsere Anhängerschaft zu mehren. Mein Sohn reicht fürs Erste. Nicht das Wunder der Geburt ist es, von dem ich spreche. Das Wunder des klaren Wortes meine ich. Ich möchte, dass du in die Stätten der Barbaren einkehrst und das Wort des Schöpfers verkündest. Bitte was? Tritt diese Pilgerreise an, und sein ewiger Dank ist dir gewiss. Ähm. Wegen der Pilgerreise. Was muss ich tun? Keine Sorge. Ich erwarte keine Wanderpredigten von dir. Des Schöpfers Worte sind bereits niedergeschrieben. Nur an der Verbreitung mangelt es. Nimm diese Flugblätter. Bring sie irgendwo gut sichtbar an, auf das die Augen der Hilflosen auf sie gerichtet werden. Ist dies getan, kommt zu mir zurück. Gemeinsam werden wir die Arme für die Neuankömmlinge öffnen. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Wo genau soll ich hin? Sagte ich das nicht? Redest du vom Vor der Berserker? Ja. Nicht nur. Auch im Krater finden sich jene gottlosen Kreaturen, deren Ohren bisher verschlossen sind. Barbaren eben. Äh, Outlaws. Und die Morkhorns? Was ist mit denen? Götzenanbeter. Sie haben einen Irrweg betreten, der ins Dunkel führt. Nichts, nicht einmal das Licht des Schöpfers wird sie vor der Verdammnis schützen. Ja, ja. Und kümmere dich nicht um jene, die im Eis leben. Ihr Herz ist erkaltet. Kein Wort wird es erwärmen. Das Vor und der Krater also. Verstanden. Ähm. Glaubst du wirklich damit neue Leute gewinnen zu können? Selbstverständlich. Seit Anbeginn der Zeit ist das Wort mächtiger als das Schwert. Ja. Nimm dir kein Beispiel an dem Weg unserer Ausbilder. Ihre Waffe ist der Drill. Wahrer Schutz entspringt aber nur aus innerer Einkehr. Glaub mir, unsere Reihen werden sich füllen. Ein Bollwerk, das standhaft im Glauben ist und allen Gefahren trotzen wird. Es ist die Einstellung, die zählt. Das ist richtig. Aber ich bin wie schon im ersten Teil davon nicht überzeugt. Wie sieht die Belohnung dafür aus? Ist dir dein Seelenheil nicht Belohnung genug? Ich habe ein etwas Handfestes gedacht. Nun, darüber werde ich mir zu gegebener Zeit meine Gedanken machen. In jedem Fall wirst du nicht enttäuscht sein, mein Sohn. Dankeschön. Kriegen wir dann am Ende noch die Bibel. Na gut. Na gut. Wir nehmen die Aufgaben mal an. Das ist ja sehr pro... Pro... Wie soll ich jetzt sagen? Pro Klerika. Wir können die Klerika wieder aufbauen. Äh, doch. Ja. Ja. So, habe ich jetzt irgendwas übersehen oder vergessen? Weil ich auf jeden Fall vergessen habe, ist die Zeit, meine werten Ladies and Gentlemen. Ich werde mich hier noch ein bisschen umgucken. Vielleicht finde ich noch was. Ansonsten haben wir ja was zu tun. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. � a a a a a a a Untertitelung des ZDF, 2020